Das sind die Scherzen davon aus der Welt. Und wie essen die jetzt? Schmeckt doch gut. Und die geht doch gar nicht. Ich fang jetzt zu heulen gerade. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mein Mund tut weh. Ich beiß mir jetzt drauf. Okay. Ich auch. Bitte Gott, vergib mir meine Sünde. Oh fuck. Das bringt wirklich gar nichts. Wollen wir kurz hinten lang? Pro Kila. Oh Gott. Heiß auf. Wirklich. Hast du das so ein Fachbegriffen? Nein, das ist ein Fachbegriff. Ist er nicht dumm? Nee, ich bin mit dem Fahrrad da. Sahle, du bist so doof, du hast gar keinen Fahrrad mehr. So ein Flixer. Ich bin mit dem Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad. Das ist ja ehlig. Ich weiß es nicht. Wir hoffen, weil ich jetzt nicht noch mal ein Todes mache. Was machst du mit einer schwierigen Matheaufgabe gemeinsam? Ich bin noch nicht drauf gekommen. Wie siehst du mich mit ab, du hast du das? Boah, Bro, okay. Wie ist denn der rein? Das habe ich mir nie gesehen. Ja! Das war ein Luftballon. Wie habt ihr mir jetzt gedacht? Zeichnet dich jetzt? Nein! Ist gut geworden? Jonas? Wenn sie mich gerade verarschen. Dann haben sie jetzt nicht ca 15 Minuten gemalt. Sieht wunderschön aus, danke. Wie findest du das? Boah! Was ist das jetzt wirklich? Du hast so voll lange gezeichnet. Jonas, komm weiter. Das ist der Jassi. Jonas, nicht filmen. Wir verlieren den Jassi. Oh nein! Juni! Du kannst mein Schwanzlösch schon, wenn du triffst. Schwanzlösch! Meine O! Schön! Le-Jass-Gock! Le-Jass-Gock! Und Juni, gut! Au! Nicht der Klappe! Ich kann es nicht. Ich kann nur noch mal. Gib mir die Energie! Boah! 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 Oh Mann! Willkommen Kreisstraffen, wenn der letzte... Wenn der letzte... Wir haben meine Augen gesättlich. Komm! Jo! Da ist ein gleich gerades Wort kurz gekommen. Du kurz mal auf. Der andere hat der andere zurückgestillt. Hat sich irgendwie die Schulter verraten. Du hast mal gesehen, wie rot die Schatz ist. Ist aufgeboten. Boah! Boah! Dich sind ja so... Was denn hier ist... Erik hatte so Schiss! Und er hat schon jetzt gemackt. Wie so wie... Der ist einfach drei Meter hoch und hat Höhenangst. Hat die gar nicht mehr... Hallo? 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 Na, denken wir mal. Ich kann wieder. Schon lustig, oder? Das ist so dumm. Ich finde es lustig. Der war voll zur Finanzanufnahme und du gehst die Krabbe und dieser... Hallo? Nein! 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 Du Scheiße! Ja! Danke! Perfekt. Das war's. Das war's. Das ist Aura! Das ist Aura! Das ist Aura! Ich baue dir Du bist so schwindelig von der Scheiße Trink dich